215 Ding Ding Ist das nicht einer? Ne, hast du gestartet? Seh ich einen Puschen nicht mehr, der ist jetzt weg Das Mündungsfeuer sieht aber schon gut aus Naja, was ist? Das ist vom Heli, sondern das vom André Irgendwie interessiert es sich doch nicht, aber es ist irgendwie total egal, jetzt sind alle weg Jetzt sind alle weg Neu gespawnt, halt rein André Heilige Scheiße Vollgas Das sind so viele, das sind so viele Nö Nein, der kommt noch, André, vorsichtig, liegt vorne Ist down, ist down, ist safe Von den Apartments? Von den Apartments? Von den Apartments direkt nach Norden, der ist jetzt neben einer Coup Der ist halt immer noch nach Norden, ich zieh mal hinterher, ist Hier sind leider entfehlte Zombies schon wieder Ich versuche gerade Richtung Apartments zu gehen Zu spitz Ach leckt mich doch Zombies, ihr seid etwa zu viele Ach leckt mich doch Zombies, ihr seid etwa zu viele Hast du ordentlich was geändert glaube ich Ja, scheiße Ja, das passt schon. Ich renne jetzt auch in den Wald. So, Zombies abgeschüttelt. Da ist ein Schwein in der Stadt. Was zur Hölle? Ich bin nicht klar. Ich sehe Zombies spurten. Hast du das, Bene? Ja, natürlich, wenn das nicht. Bene, sie haben aufgehört, hinter dir herzulaufen. Ja, super, super. Okay, ich sehe dich. Der ist wieder auf den Kerl los. Der ist irgendwo da über den Hügel, wo ich hoch bin. Okay, ich bin links von dir im Wald. Da bin ich auch gerade. Kann da ein Ghillie suchen, wenn der sich hinlögt, haben wir ein Problem. Ja, nicht wirklich. Ich sehe sie. Zwei Typen, zwei Typen, zwei Typen. Das sind zwei. Wo circa? Kannst du mir irgendwie helfen? Ja, ein bisschen linkslastig, aber die sind echt nah von dir, Bene. Die sind nicht weit weg. Du musst echt vorsichtig sein. Das sind aber nicht die mit der Zombiespruge, oder? Nein, 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 nein. Direkt vor. Ich sehe beide. Die knien da. Die tauschen Sachen aus. Legen sie vorsichtig auf den Boden. Okay, 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 okay. Einwurscht, oder? Ja, ich versuch's. Ich kann die jederzeit auch beschließen. Ich sehe sie, ich sehe sie. Oh Gott. Nee, oder? Das sind Zombies, da rennen Zombies. Das sind zwei, die sind in so einem Waldstück. Ich weiß nicht mehr, wo du bist, aber so ein bisschen linkslastig. Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Sag das doch, Jesus! Ich sehe halt die Typen. Die sind im Ghillie-Suit, oder? Die haben beide Ghillie-Suit an, oder? Ja, die haben beide Ghillie-Suit an. Gleich rennen sie wieder. Die sind nicht mehr lange stationär. Geht die weg von mir, wenn du die ganzen Zombies am Arsch hast, Mann. Sieht noch irgendjemand die? Wo denn, wo denn? Nein. Jetzt, jetzt. Ich sehe euch da oben rumspritten. Jetzt rechts von dir, rechts von, rechts von dir. Ja, ich weiß nicht, wer der da halt mit Zombies sprintet. Ja, du rennst direkt auf die Zug. Vorsicht, du rennst direkt auf die Zug. Wo denn? Mann, die schießen. Ich muss, ich muss jetzt schießen. Ich bin links von mir, ich bin links von mir, ich bin links von mir. Ich bin links von mir, ich bin links von mir. Mann, du bist links von mir, mach mir die Zombies nicht weg, während ich auf die Survivor schiebe. Ich weiß nicht, wer da sprintet. Der sprintet immer noch. Jetzt, eigentlich habe ich einen nicht. Ich nehme mir die Zombies am Arsch. Mann. Mach den, Wägel, oder... Ich habe einen, ich habe einen Tannen, der eine ist in Tannen, der eine ist in Tannen. Wer schießt mit der Pistole? Das bin ich. Das ist der, das ist der André. Fuck, mein Gott. André, in den Bäumen hier ist einer noch, glaube ich. In diesen Tannen. Ich habe einen erschossen, gerade anders in den Tannen. Ja, der eine ist tot, der eine ist tot. André, ich kenne mal die Bäume hier. Der rennt zwei Zombies hoch, das ist zu dir, Dodo, oder? Ich weiß es nicht. Ja, oh man, wie viele fucking Zombies. Das geht mir so auf den Sack. Wer schießt? Ich, ich muss die Zombies killen, ich habe keinen Bock auf die. Ja, ja. Ah, Mann ey. André ist dabei gewesen? Wer ist denn da auf die zugesprintet? Ja, der André. Direkt, aber du warst ungefähr 10 Meter von hinten entfernt. Ja. Ich sehe noch, nee, wer ist denn das? Ich bin das. Nee, das ist der André, glaube ich. Aber das war nicht der André, der André hatte doch Camper Clothing. Ich bin mir nicht sicher, das war entweit weg. André, wo uns? Du schießt auf mich, oder nicht? Nein. Wer schießt? Wer schießt? Wer ist gerade geschossen? Ich. Ich. Ich habe einen erwischt gerade. Hier, noch irgendwas schießt. Das ist der André der Nachholz. Der ist bereits tot. Kannst aufhören. Ja, der steht ja noch. Ja, aber er ist trotzdem tot. Da ist der ich, Servo. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe beide erwischt, aber er hat sie ausgelockt. Ja, alles. Aber man kann ihn auch luken. Ich folge mal der Spur an toten Zombies. In der Hoffnung, dass ich euch finde. Du zuerst mal, ich suche eine zweite die Leiche. Ja, wo hast du den denn gekillt? Ich habe die beide auf jeden Fall. Einigen zum Baum. Hier, hier ist er. Ich habe beide erwischt, geil. Der hat einen ACOG M16. Geil. Nett. Oder was ist das? Was ist das? Was ist das? Ähm, M41 CCO. Das ist der Bandit-Skin. M41 CCO. Na, hab sie weiter erwischt. Passt. Survivor mit Camo. Ja. Ja. Ja, der rennt zur Kuh ungefähr. Dann. Bene. Kuh rangen und nachschauen. Der liegt. Na, das hat eben blöd. Ich weiß nicht nicht. Welchen Abstand das hat, wenn er liegt. Sonst könnte ich ihn jetzt auch nicht mehr fahren können. Ich kann es ja an dem gesehen noch sagen. Wow. Hast du gerade erschossen? Boah. Das ist der Bene, der ist. Das ist genau. Ich muss mich mal kurz hinlegen. Ich will nicht, dass der Bene mich erschießt. 400 Bene ist genau. Lass sehen. Ja. Du hast ihn erwischt. Sehr schön. So. Wer geht jetzt nachschauen? 2.000 Humanity weniger. Ey, was hat denn der gemacht? Der ist direkt vor mir. Der, der chargt dich auf den Markkampf, oder? Ich hab keine Sicht drauf. Ich seh ihn nicht mehr. Das ist irre Gras. Der muss doch direkt neben mir gewesen sein. Der hat mir instant ins Gesicht gefassen. Äh, im Lauf. Jan, hier neben mir. Neben mir. Da, drehen sie mir ein Ziel rum. Da, drehen sie mir ein Ziel rum. Da, drehen sie mir ein Ziel rum. Ja. Na ja, schaut sie aus. Und der hat viele Humanity verloren. M107. Nice. 5 Magazin. Nice. GPL. Rangefinder. Nice. Ja, die ganze jubilige Scheiß. Willst du das nehmen, das Zeug, oder wie schaut sie aus? Pack dich gerade ein, ja. Die M107 kannst du gerne haben. Der Typ hat einfach das gleiche gemacht wie wir. Und dann hat er immer wieder zuerst geschossen, und dann ist er aggressiv geworden. Ich darf nur nicht looten, das Ding. Ist noch zu früh. Ähm, versuch's von mir aus. Ich will jetzt ungeneral looten. Ey, endgeil! Ich bin halt direkt bei CERNO. Ich komm hoch. Okay. Du weißt aber wo wir sind. Ich loote jetzt die andere. Das ist der Dude. Furcht' ich mal. Sehr gut. Ich hab' mit Knapps, hab' ich keine Ahnung. 20 FPS im Fight. Das war nicht so lustig. Ja. Wie hieß denn der Typ, den du gekillt hast? Irgendein total kaputte Name. Was geht denn jetzt? Wir sterben gerade alle. Was ist los? Noch einer stirbt abortlich. Noch einer stirbt abortlich. Wir sterben gerade alle hintereinander. Ganz schnell. War gerade wohl nur ein riesen Ambush. Unwahrscheinlich. Oh. LP, du hast Killed. Ich bin dabei. 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 Ich versuch' den Typen vorne noch zu looten, aber der wird nichts interessanter sein. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich glaube, ich gehe genau in eure Richtung. Vielleicht hat der Typ ja auch noch einen Coyote-Backpack für mich. Ja, hat er. Scheiße, wo ist denn los der? Auf mich, auf mich, in den... Äh, bei den roten Gebäuden. Ich bin da, ich bin halt direkt da, ich habe bloß keine Waffe. Shit, ich lager das Gewehr. Ich glaube, ich habe den Hügel zwischen mir und ihm. Das ist voll krass, ich bin direkt neben dem und ich kann nichts tun, weil ich keine Waffe habe. Wenn du, keine Ahnung, wenn du in Apartments rennst, dann bist du halt entlaut, aber der wäre bestimmt nur Waffe. Ich weiß jetzt nicht, wo ich lang kann. Überall sieht der mich. Ich weiß auch nicht genau, wo der ist, also... Ich auch nicht, ich habe den scheiß Hügel noch zwischen mir und ihm, das ist ganz gut momentan. Das war übrigens auch eine... ...Snap-Reife. Ja, das war ein DM, glaube ich. Ja, dem, ja. Nochmal! Haben nochmal gescheitert. Scheiße! Ja! Nochmal! Hatten wir den Sichtfeld, scheiße, scheiße, scheiße! Wo ist der denn, in welchem Gebäude? Wo ist der denn, in welchem Gebäude? Boah, wie viele Zombies jetzt auf den Zulaufen? Da ist gerade Zombie-Party. Weißt du, wo? Wo? Das war, ich glaube, wo rotes Gebäude war, das rotes Apartment-Gebäude. Wo genau? Drinnen oder? Ich glaube, drinnen, aber ich weiß es nicht. Ich habe es nicht sehen können. Ich glaube, auch drinnen. Schießt schon wieder. Schießt schon wieder. Aber auf was? Ich bin doch gar nicht siebter für den. Vielleicht hat er den 3-Achsehub erschossen. Ja, das ist der, den ich vorher auch abgeknallt habe, mit der N107. Äh, jetzt bin ich, glaube ich, langsam wieder da, wo wir vorhin waren. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin in diesem kleinen... Ich sehe, ich sehe, der ist nicht in den roten Apartment-Gebäuden. Der ist dahinter, in dem großen, Jan. Weißt du, wo ich meine? In diesem, in diesem Ding. Mit den großen Treppen. Hol in dir. Hol in dir. Gib Gas. Ich spiele immer noch Zielscheibe. Distanz. Zweiter Stock von oben. Ich habe keine Ahnung. 700, 800. Schieß. Oh. Zu hoch. Das war der Jan. Hallo, Jan. Ich bin direkt neben dir. Ja, der ist festgepinnt. Hast du ihn unterdrückt? Hat er es gecheckt? Hab ihn. Schönes Ding. Ist er tot? Hab ihn. Die Zombies marschieren, als wir sind auf den Peralen da oben gerade. Wo ist denn hier die Leiche? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Hinter mir, hinter mir. Boah, was ist er? Tot. Ne, nicht tot. Ich bin nur geschockt. Ihr habt den komischen Timer. Das muss entnah gewesen sein. Direkt neben dem Supermarkt, glaube ich. Weil ich hab den Schuss direkt neben mir gehört. Schießt immer noch. Betrifft mich nicht, oder was? Ich höre nichts. Sorry. Trotzdem immer noch. Jetzt schießt er nicht mehr, aber jetzt verblute ich halt gerade. Normalerweise, ich glaube ich blute nicht ganz aus. Schauen wir mal. Aber der muss ziemlich nah gewesen sein. Aber der muss ziemlich nah gewesen sein. Mehr so Richtung Kirche. Vom Supermarkt aus gesehen. Ich hab keinen Schuss gehört. Sorry. Ja, du sollst ja nur da hinschauen. Ich halte Ausschau. Er schießt immer noch auf irgendwas. Ich weiß nicht worauf. Das ist, glaube ich, der am Supermarkt. Ich hab jetzt auch ein Schuss gehört. Fliegen immer noch über... Nichts Supermarkt. Der Firestage. Ja, das kann schon sein. Ich bin zumindest gleich wieder aktiv. Aber ich verblute halt. Aber er ist nicht im Turmbild an Fenstern. Er ist auch nicht irgendwie auf dem Dach drauf, wie ich sehen kann. Doch, er ist auf dem Dach. Immer noch ganz vorne. Oh Gott, mein rollendes Bug. Er schießt immer noch auf mich. Ja, immer noch. Ja, das ist der. Der Drecksau. Er kann dir nicht helfen. Er trifft mich nicht. Ah, okay. Ich glaube, ich sehe was. Aber trifft mich immer noch nicht. Jetzt bin ich in Deckung. Ich schieße. Zu tief. Was war das? Weiß ich nicht, hast du einen Mörder mehr? Nein, noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich will da nicht rausschauen. Weil auf mich zielt er. Aber er ist, glaube ich, der Wegbeine. Kann das sein? Schießt auf mich. Schießt auf mich. Fuck, wo ist der? Ich sehe nicht mehr. Er ist immer noch genau da, wo ich schon viel mehr gesagt habe, was er ist. Dann ist zwei Bede. Wir sind in der Fall Station direkt über mir und faller zu. Okay. Sicht drauf. Ja, dann mach ihn tot. Keine Sicht mehr. Ich habe jetzt 248. Ja, shit. Ist nicht so schlimm. Aber... Typ ist halt noch da, gell? Bene, schaut es bei dir aus. An der Station dran. Ich bin jetzt im Sturm drin. Ich sehe. Mach ihn tot. 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 Er ist an der Leiter. Er ist an der Leiter. Aber er wird nicht mehr geredet. Dann ist er tot, oder? Schaut so aus. Irgendein Ruster, wo es killt. Ich sehe, dass... Es wäre auf jeden Fall bloß die Blutspritze geredet, der Rest nicht mehr. Ja, ja, der ist tot. Ich bin jetzt tot. Läuft. Ja, ich sehe dich. Das ist eine Riesenscheiß. Wenn du dich hinweg wirst, auf dem Dach nicht mehr sichtbar. Ja, genau. Hier kann man voll runterschneiden. Hast du ja noch? Ah, ich sehe dich. Nee, ich muss meine Leiche wiederfinden. Ich wollte mich looten und dann wurde ich ja... Unhöflicherweise beschossen.